Kunst wohl eher, ne? Also... Ei, ei, ei! Ich muss den mit dem dritten Auge nehmen, weil ich hab grad die Brille nicht an. Wenn ich die Brille anziehen, dann seh ich was. Bei meinem Punkt kannst du jetzt Pokémon jagen. Das ist jetzt ein Denkmal. Ach so. Ach so. Serum Blue, ich sag nochmal vielen lieben Dank für die Spende. Und es hat alles funktioniert. Man macht wieder keinen Kopf. Der wird dann... ...dur reinbauen. Genau, so hab ich's dir vorgestellt. Ich scheine, ob das funktioniert. Geht das so? Das geht. Und jetzt so fixieren. Dann den wieder hier. Oh, ich seh nichts! Oh! Ja, auch gleich fällt ein riesen Turm. Ja, zwei. Ist ja wieder zwei abgezogen. Geh mir scheiße. Ja, ja. Und der dritte ist auch gleich da. Mann, ich war so frisch, fröhlich am Bauen. Ich hatte noch ein Zement. Guck, wie ich den Zement eingesetzt habe unten links. Ja, super. Würde ich mir abgucken. Ja, ich hatte kein Zement. Entschuldigung. Ach, für das nächste Mal, Mensch. Nicht jetzt. Ich hatte doch keinen. Stell dir vor, du machst das mit einer Geraden. Dann kannst du riesig hoch bauen. Ja, dann haust du den oben rauf. Oben rauf. Nur 33? Ja, der fällt. Für you. Ja, klar. Hör auf mit dem Scheiß. Wieder doppelt? Nee, das war ein Arschlochstein. Kennst du Arschlochsteine? Ich persönlich. Ich will was anderes probieren. Ich weiß nicht, ob es geht. Ah, doch funktioniert. Cool. Jetzt krieg ich wieder einen Scheißblitz, den kein Schwein brauchen kann. Nein. Boah. Wende. Stimmen. Moment. Ah, das geht nicht gut. Nein. Gib mir ein Herz. Ich komme einfach auf dem weiter. Hier so. Ich komme gleich zu der Spende, mein Lieber. Ich. Nein. Nein, ich konnte es nicht mehr halten. Yesa. Okay. Ich habe richtig geil gebaut. Guck dir das an. Sternblut. Entschuldigung, ich habe deinen Namen falsch ausgesprochen, man. Ich wieder. Ah, ja, ja, ja. Donated 2 Euro. Perfekt. Dann spende ich dir gleich nochmal was. Hast mir oft geholfen mit deinen Videos. Vielleicht hilft dir meine Unterstützung für dein Frühstück. Oder endlich. Grüß Janik. Danke dir Janik. Vielen lieben Dank. Das hilft es unbedingt. Jetzt kann er sich einen zweiten Tanga kaufen. Dann hat er nur, dann hat er jetzt zwei pro Woche die ich benutzen kann. Das heißt, ich wechsle die doch nicht ab. Nein. Ja, der wird mal wieder richtig in die Hose gehen. Ja, ja. Einer. Und der zweite. Der ging absolut nicht so, wie ich gerne. Und der dritte. Ich habe vier, du hast schon gewonnen. Da fallen die Steine, da fallen die Steine, da fallen die Steine. Hau hoch. Janik, vielen lieben Dank nochmal. Hau hoch. Ja, Mann. Ich will doch, lass mich doch noch hier und so, ne? Und das. Hau jetzt hoch. So. Geht doch. Ab eh nur vier. Wartens auf den. Schönen, schönen Abend. Und Janik, danke für die Spende. Das ist mega nett von dir. Dankeschön. Und das hilft wirklich sehr. So, unterstützungstechnisch. Hat mich auch noch nie geregen. Rennen, speziell. Rennen. Oh, ein Rennen. Oh, oh. Okay. Ich glaube, da ist der Wind. Ja. Okay, ich baue mal so stabil, wie es geht. Ja, aber ein Blitz noch. Am Ende werden wir noch geblitzt. Ich sehe den Blitz schon. Ich fühle ihn. Und du kriegst mal einen grossen. Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Scheiße. Wir probieren ein anständiges Fundament zu bauen hier. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den anderen aufklicken. Dankeschön für den Follow. Was? Ja, nee. Ist klar. Ich glaube, die werden immer schneller. Kann das sein? Ja. Die werden immer schneller. Ja. Äh. Ja, nee. Ist klar. Ich brauche hier mal... Sowas in der Art. Boah, der Wind. Es ging oben ja mega brutal. Nein, mach kein... Hör auf. Das geht nicht gut aus. Der Wind kommt voll stark von links gegen oben. Ja, der kommt ziemlich geil. Nein, wo willst du hin? Nein. Warum hast du hier noch drehen wollen? Come on. Ach, komm jetzt. Hä? Ja, wir bauen mit dem Wind. Nein! Scheiß Wind. Ach, komm. Ja, ja. Hat er wieder Glück gehabt. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Mein Gott. War nur Spaß. Ai, ai, ai. Ich glaube, ich muss echt gleich die Brille anziehen. Dann sehe ich wenigstens mehr. Ha, ha, ha. Ach, nee. Ich hasse das. Ha, 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 ha. Wie er einfach am Nachbauen ist. Er schmieren, Kasper. Stimmt doch gar nicht. Du hast genau den gleichen gelöscht, den ich auch gelöscht habe. Ich habe es genau gesehen. Äh. Dann hoffen wir, wie das klappt. Das klappt garantiert mal nicht. Bleib stehen. Nein. Ach, geh doch. Hoppala. Und du hast verdammt viele Klöße gebastelt. Ja, du aber auch. Du kannst einen mehr haben. Du hast einen mehr. Ja, ja, einer mehr. Eieieiei. Spielst du Pokémon GO? Ja, natürlich. Rending Gamer. Weiß ich. Weiß ich. Weiß ich. Ja, es ist ein simpel gestricktes Spiel. Aber es ist... Ja, ein Rennen. Ich finde es jetzt... Ich glaube, wenn du es auf einer Party machst. Auf einer Party spielst. Das ist, glaube ich, voll der Renner. Das ist jetzt der einfache Mode. Den brauche ich nicht. Aber man kann sich gegenseitig nicht behindern hier. Na dann. Ach, ach, ach. Ne, der wär scheiße. Fluffy, was machst du? Ich hab gehofft, ich hätte noch den Blitz. Und gewonnen. Nein, nein. Nein, nein. Oh, er war einfach am Fallen. Oh nein, guck. Der war sowas von am Fallen. Oh shit. Ich hab gehofft, dass er noch zählt. Das war Glück. Tschüss, Hanson. Danke fürs Reinschauen. Painting. Das ist Tetris mit Specials. Ach nee, nicht mit Wind. Der Wind ist so böse. Gegen oben ist der einfach brutal. Der Wind ist so böse. Das ist so böse. Das ist so böse. Ich geb dir mal ein bisschen Grünzeug. Soll ja gesund sein. Das sollte man meinen. Das sollte man meinen. Wenn du die Dinger hoch kannst, stellst, dann bläst du dir das Ding einfach weg. Nein, 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 nein. Den kriegst du mal in gross. Ich helf dir mal ein bisschen. Das ist total okay. Nein, jetzt hab ich. Hm. Ich hab eigentlich schon das komplett anders gemacht. Nein, jetzt bin ich wieder so schnell gewesen. Noch eins. Hier, Grünzeug. Oh, ich krieg nen Ballon. Dein Ernst? Yep. What the fuck? Ah, nicht so. Der Wind ist einfach... Ja, ich fang wieder bei 0 an. Leck mich. Du musst irgendwie gegen den Wind bauen. Aber das ist schwierig. Ja, kannst du. Etla, 2 Euro. Ich komm gleich dazu. Komm mal halblang hier. Fall mal runter, Mann. Verdammte Scheiße. Komm, kriegst du mal ne Blubberblase. War nicht viel gebracht. Ey, jetzt aber hör doch auf. Ich hab doch extra mit dem Wind gebaut. Hallo. Wo sind wir denn hier? Komm, du gewinnst. Ich geb auf. Kann man hier aufgeben? Soll ja scheiße. Scheiße, scheiße, nein. Nein, 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 nein. So. Äh, hier. Ab wann darf man dir denn deinen Geburtstag gratulieren? Gruß, Kevin. Ab 12. Ab Mitternacht dürft ihr mir sonst keine. Lass das. Dir wird er gratuliert wegen 3 Wouten. Mods, denk dran. Nein, natürlich nicht. In den Mods sind doch alle von mir bestochen. Ja, ja. Das hab ich eben auch das Gefühl. So hab ich gefragt, das streamst du heute Abend, wo sich da ist was faul. Warum wir das immer noch spielen? Weil es Laune macht. Ganz einfach. Immer nur Destiny oder ein bestimmtes Spiel zu spielen ist mit der Zeit und doch ein bisschen Laune. Ich schaffe, ich schaffe. Ich muss es nur richtig machen. Jawoll. Nein, der hat nicht gezählt. Ja, leg me. Geh auf einen. Komm, bau hoch, dann hast du schon gewonnen. Es geht nicht. Doch, doch. Doch, doch. Jetzt will ich das ausprobieren, ob man dann hier drauf bauen kann. Und auf die dann zu sein kann. Ei, ei, ei. Nee, du kannst. Der ist ja eingeklemmt. Den dürfte müsste eigentlich halten. Ah, mit der Zeit wird er lose. Lose Mimose. Lose Mimose. Mal gucken, wie viel da drauf passt. Ja, Zocke Rennen. Was ist los? Was willst du mir sagen? Der fällt jetzt, oder? Nein. Nein. Ich kann jetzt natürlich einbauen. Hervorragend. So. Das weiß ich nicht, ob das klappt. Ja doch. 1a. Wundervoll hier. So. So baut man, meine Damen und Herren. 21. Jahrhundert. Irgendeiner fällt irgendwann mal. Aber der jetzt. Das ist jetzt nicht gut von mir. Aber wir probieren es aus. Oh. Achso. Das Spiel ist super zum zuschauen. Das freut mich zu hören. Niko, du musst leider früher gehen, weil du in den Urlaub gehst. Kein Problem, mein Lieber. Wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Du willst noch einen Witz haben. Also gut. Kommt ein Pferd in der Bar. Fragt der Barkeeper das Pferd. Warum so ein langes Gesicht? Du hörst von mir nun diesen Witz. Keinen anderen. Er kann nur den. Er kennt keinen anderen Witze. Richtig. In Doof. Wir bauen. Wir bauen. Wir bauen stabil. Wir bauen. Wir bauen. Wir bauen stabil. Wir bauen. Er war scheiße. Nein! Dann kommt natürlich bei dir so einer in den Training absolut keine Trainer! Nein und dann drehst Du ihn im beschissensten Moment. Ich drehe ihn ja nicht. Hенс Dei automatisch. was ist das denn das heißt das hatte ich noch nie die rutschen dann so blöd ich hätte eigentlich zement einsetzen können habe ich heute das ausprobieren das tust du da ich wähle dich ja ich merks stoppt mit jetzt fällt mein haus ich kann dich gerade noch retten super aber jetzt haben wir ein problem das war nicht habe ich die geholfen nicht wirklich ich habe den zement richtig geschissen eingesetzt schräge oder kriegsmann kriegsmann großen von mir endlich gut das ist hilfreich größe desto besser nicht fallen 2 1 das wäre gewesen zu spät kann leider nicht noch fallen meiner wäre besser gewesen ich muss ja den headset befehl noch ändern danke fürs aufmerksam machen sushi welches team und welches level ich bin ich bin team blau und level 16 glaube ich das ein das ein Vielen Dank.